hallo und herzlich willkommen zurück zu grounded ich bin mal ein bisschen alleine losgegangen ohne euch weil ich dachte wir brauchen ja bestimmt noch ganz viele ist ziel und für pilzziegel brauche ich wer hätte das gedacht hier war ich und wo muss ich hin da nicht wo ist denn jetzt habe ich mich jetzt wieder verpflanzt oder was also noch pilze und eine spinn waren sie das das wahnsinn und ich werde alles mit geht alles mitgehen lassen und weiß nämlich nicht ob man es später dann doch irgendwann noch mal gebrauchen kann so dass die saftbox du musst doch hier in der nähe auch noch irgendwo pilz rumstehen oder nicht da sind sie doch da nicht rein achten lieber durch das an die irren da liegt ein pilz drauf guckt unten drunter das war nicht normal da musste ich jetzt leider ein foto von machen wenn das jetzt nicht performance technisch blödes ja das gleiche hallo darf mitmachen bei der party da war noch willst du ne ach das wollte ich auch noch ich bin wieder mal vergessen ja 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 die guten alten die denn eigentlich her hinter mir das wasser ihr könnt ihr nicht drüber ich kann doch keiner von denen hoch springen oder noch ein paar pilze da hinten und ich glaube dann haben wir alle die die 59 genau das waren sie hier noch ein bisserl und dann können wir auch schon wieder zurück ok wollte so stimmen und sonst war ja hier nichts mehr an pilzen glaube nicht das gemeinde irgendjemand hat hier die tür aufgelassen hat sich das irgendwie negativ auf mein essen ausgewirkt dass da oben war oder ist da kein essen mehr doch der ist irgendwie nicht so sieht mein alter aus ist ja eigentlich also alles drin was man so braucht hier in den kisten ist glaube ich nirgends mehr was nirgends mehr die reparaturwerkzeug musste ich am anfang tausende machen die dinger der hälfte kaputt spinnen sachen die irgendwann drin war ich nicht brauche was ich brauche säuredrüsen war doch das geld auch das säuredrüsen ja die erweiterten platten zu machen die auch mitnehmen und die lasse ich doch besser hier wer weiß wann ich immer hinkommen gut dann für zu hier mit dem blick auf die wo sind sie hin und hier aussieht man die gar nicht mehr sie sind weg wenn wir schnell gucken da kann das krieg noch hin oder weg ist anders man sieht sie halt nur nicht wahrscheinlich um performance zu sponen zu zu gut dann bedanke ich mich fürs zuschauen wir sehen uns dann morgen gehabt euch gut und tschüss